ableck mich ja sprich weiter nein ich weiß jetzt auch wenn ich gehe raus scheiß die wandern nein alter komm wir spielen das wir versuchen es mami 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 ja geil hallo guten tag hier in der süddeutschen zeitung machen heute eine sondersendung über das gefistet werden kann ganz ehrlich nach 30 nach 30 folgen können wir es jetzt auch sein lassen anzumoderieren der ist zumindest für die runde raus dankeschön und zack bin ich auch weg und zack raus alle raus ich sehe das ja manchmal regelrecht wie aus meinem roter so ein holographischer mittelfinger ganz langsam rauskommt und da ich habe mich gerade im drohenschlitz verfahren ich weiß nicht ob ich das auch wieder zu bringen sind ja okay mal das alles klappt kommt jetzt besser die sind hier an der seite ja 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 kavera mit dem scheiß ACDC skin allein deswegen muss ich sie töten ja ACDC skin ja nein das ist KISS KISS meine ich doch hab ich doch gesagt Mensch ich wollte gerade sagen ACDC skin in der National Institute hallo wo welche seite andere seite gut ich geh fenster ja mach mach direkt die wieder vom fenster weg wie letztens äh wie letztens gestern war das glaube ich wir haben so oft gezockt dass ich dir gar nicht mehr sagen kann wann was war ok der fahrstuhl ist vermint mit äh alla das kannst du vergessen ich mach mal was oh der eine hat noch drauf gerechnet ecco dieser bastard der in Position gefördert ecco fresh ah toll toll hingelegt die kamera echt toll geil wie er die cavera weg geholt hat cavera ist weg ja cavera und ella sind weg geil ich bin auch weg und noch kapkan und kapkan hat mich weg geholt der war direkt am fenster kapkan und ecco sind eins ja geil ja geil nur noch ecco und der ist im Zimmer ne der rennt draußen rum sogar ist noch ein Anruf hau rein push 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 solange das klingeln pushen der hockt im Zimmer da hinten in der ecke liegt er ja 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 warte mal ecco kann gar nicht angerufen werden nicht nicht nein der hat der ist da gegen die ruhen der ist da gegen die ruhen der ist da gegen die ruhen jetzt was gutes draus gemacht mit gg wo gehen wir hin ähm restaurant ich würde auch dahin gehen wo die grad waren erstmal geschäftsführerbüro erdgeschoss mache ich ungerne weil die da die luken haben ja und musst du so zumachen ich habe mir eben voll den geilen skin noch gekauft parallel zu dem helm dafür thermite für das gewehr von ähm wie heißt die olle nochmal hier in hibana jalapeno das sieht übelst premium aus so richtig leder holz und gold boah rotzig rotzig ich hab den standard japan skin für die waffe von hibana den rot blacke den finde ich immer voll geil ne nicht die flache den anderen auch mit dem japanischen zeichen auch aber ok ich dachte die wieder vom nebenzimmer pushen geh auf jeden Fall mal ins nebens ach so du gehst schon also 10 seconds remaining barricade up down to 5 seconds barricade in the window op 4 has found the biohazard container they will attempt to locate it during the assault op 4 found the biohazard container reinforce the wall die sind am fenster auf jeden Fall 1 oder 2 wer hat meine falle weg gemacht hier weiß ich nicht ja am fenster ist auf jeden Fall ash ja gut nice im nebenraum ich hab hier den gesamten flur gelass ist auch am fenster bin ich schlecht ich geh mich vergraben das war glas ist er weg? ja ja gut danke meine seite hier ist noch komplett frei hier kommt grad keiner ja ich wurde entdeckt ich wurde entdeckt wo war der? wer war da in dem raum wo ich gewesen bin links neben dem eigentlichen raum links war sie auf dem flur ich guck grad bei hibana auf der cam die kommt jetzt von hinten an den ran hier kreisen sie jetzt quasi ein da ist er jawoll Thomas sehr geil in Norddach komm ja das macht ja eigentlich keinen Unterschied ne doch auf dem Norddach kannst du ins dritte Geschoss auf diese Überwege da in Anführungszeichen kannst du da auch wenn du Süddach spawnst ja kannst du ja auch da hin echt? ja also wo ich grad Süddach runter gegangen bin ähm letzte Runde als Angreifer waren dann nur zwei Fenster übereinander keine drei kapitao oh shit hey du musst den Biohazard Container ich glaub wir sind oben ich hab den Schluss wie man nach oben fährt ah das sind Treppen ha 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 well done Biohazard Container located Mediaraum sind wir jo wo wir Men 10 seconds 5 seconds before insertion äh einer wurde angeschaut bedank mir alles ok die haben nen Doktner äh ok aber die haben doch Ich verbrauchte ja auch seinen Scheiß. Ja, wollte ich gerade sagen. Da war glaube ich gerade Kapkan, wa? Ja. Okay. Wenn ihr pusht, sagt mir Bescheid, dann rufe ich einmal an. Jo. Kommt wieder! Ja, klar. Super. Oder? oh fanden ich hab Kondon oh fanden ich hab Kondon oh 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 wo oh wo Kessel ist weiß ich nicht Axel wenn du da jetzt die Tür rein gehst direkt links in die Ecke ist wo hä nein das ist doch nicht normal sorry links in die Ecke hab ich gesagt bekommen und zack hab ich geschossen sorry ach das ist wieder scheiße weil ich die Map nicht kenne ich kenn diese scheiß Map nicht ey hätt ich gewusst dass es so weit um die Ecke geht ey ach meine Fresse Aua ja ich will wieder geschäftsführer also ich würde auf jeden Fall Obergeschoss nehmen nicht das Erdgeschoss ja machen wir das doch erstmal ja Erdgeschoss müssen wir gleich so oder so nehmen ja ja lass uns das lieber raus zögern so weit wie es geht weil da kriegen wir richtig auf die Fresse bei die Lupen kitt alter mann we need to protect the biohazard container secure the room warum hast du den dropper castle meine goethe ich brauche hier noch bei mir eine Wand ich brauche hier noch bei mir eine Wand ich brauche hier noch bei mir eine Wand TEN SICK SOFT TEN SICK SOFT TEN SICK SOFT TEN SICK SOFT VINE SEGITS und ZUR auf TEN SICK SOFT wo sind noch wände benötigt? hier ping mal bitte! ist gepinkt das war kawaii, das ist direkt gestorben da ist ein ziemlich unpassendes killing hall hinter dir ich merke das schon, aber der case der hat einen dropper zugemacht hier keine ahnung warum und hier ist noch ein pokett nicht verstärkt ach das war klar scheiße meine fresse, der hat mich nicht mal getroffen auf seiner scheiß killcam hurensohn von wo? alles klar, blackbeard ach der hat sich einen killing hall gemacht bei der unverstärkten wand oh fuck you ne, soll ich dir was sagen, die scheiß killing holes, die waren doch schon vorher die hat dir da hurenbock von castle gemacht, alter prevent further access to the biohazard container jemand ist in meinem mini gelocken oh man oh meine fresse ey, diese map ist so scheiße hässlich oder was ist tot nach ewig spielen? mir egal, wenn du die nicht willst, nimm ich sie ja, nimm du mal also es gibt echt schwierige maps, wo man sich dran gewöhnen musste aber das hier keine map für mich ne ok, die sind glaub ich restaurant oder wie der scheiß heißt ja, sind sie auch das hier ist der restaurant ja 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 wo du jetzt gerade aus hinguckst äh hinterm tresen in dieses regal, kommst du da vielleicht rein? oh, jetzt nicht mehr nein ja perfekt, bleib so 5 seconds before insertion ja perfekt, bleib so sie ickt scherter scherter independ scherter 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 Engine Was ist das? Oh, come on! Oh, come on! Was ist der Mann? Was ist der Mann? Was ist der Mann? oh man die mappe ist so dunkel dieses da siehst du die gegner nicht oder ich zumindest nicht ah super es ist so scheiße alter diese map regt mich auf meine fresse die Ja, so ist das.